So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Division 2 und wir sind jetzt hier im Campus, in der Campus-Siedlung und wollen eigentlich unsere Projekte mal abgeben und auch mit Henry Hayes sprechen. Projekte waren hier hinten, ne? Ne, das war sie. Oh, ich blick da bei den ganzen Siedlungen gar nicht immer durch, wo jetzt hier welche Projekte sind. Warte mal. Ah, genau, da hinten durch. Da, Projects, da steht's doch. Siedlung vervollständigt. Oh, gut. So, hier erstmal Projekte. Hallo. Was geht ab? Unsere Vorräte werden wirklich langsam knapp. Okay. Okay, sonst haben wir erstmal nichts. Okay. Gut. Das haben wir. Ich müsste auch mal wieder mein Inventar oder meine Sachen mal durchgucken. Wir werden mit Henry Hayes jetzt mal eben reden. Ich mach mich weg. Bis gleich. Ich hab noch eine Bitte an Sie. Kommen Sie rein. Ich hab noch eine Bitte an Sie. Letzten Monat haben sich einige Leute, die mit meiner Führung nicht einverstanden waren, entschieden, es auf eigene Faust zu versuchen. Die Outcasts haben sie ständig schikaniert. Aber nun glauben wir, dass ein Angriff bevorsteht. Ich hab ein paar Leute geschickt zu ihrem Schutz. Doch ein Agent würde sehr helfen. Nicht nur wegen der zusätzlichen Feuerkraft. Sie haben viel für uns getan. Mit Ihrer Hilfe könnten wir Sie überreden, zurückzukommen. Der Siedlung noch eine Chance geben. Bevor es zu spät ist. Wir sind ein sehr stiller Zeitgenosse, ja? So. Nebeneinsatz entdeckt. Angriff aufs historische Viertel. Ah, nein. Hänge wieder. Ach, jetzt geht's ja. Ich weiß nicht, was das immer soll. Wir haben neue Nebeneinsätze hier. Wir haben ganz viel, was wir hier machen können. Ähm. Der steht hier direkt vor unserer Nase. Wir machen mal seinen Nebeneinsatz hier. Hallo Derek. Derek Chung. Die Frage ist, weißt du was, wir nehmen eigentlich, wir nehmen, wir können eigentlich auch. Ja, wäre ja auch doof, wenn er das macht. Ja, ist gut. Ich nehme erstmal hier alle tatsächlich an. Macht, glaube ich, Sinn. Weil wenn wir dann draußen sind, dann haben wir die ganzen Gebiete. Agent, wir erhielten einen Notruf von Leuten aus der Nähe des Finanzministeriums. Sie werden von Outcast drangsaliert und brauchen Hilfe. Da können Sie doch was machen, oder? Ja, der. Ich bin der Einzige, der was macht dann. Theresa Cruz. Nützlichen Dingen. Sie sagt Sachen. Dann machen wir. Danke für den Tipp. Da hinten ist noch jemand. Da hinten auch. Gehen wir erstmal da hin, weil ich glaube, da hinten kommen wir raus. Wenn wir das verbinden. Da ist jetzt Kevin Green bestimmt. Nein! Ich dachte Green wegen den ganzen Pflanzen. Ah, schade. Hey, also ich kenne deinen Imker namens Jeff. Ein ziemlich schräger Vogel. Die Welt geht vor die Hunde und er scheint das kaum zu registrieren. Ist doch egal. Ich sollte ihn jedenfalls heute Morgen treffen, Honig einzutauschen. Aber er kam nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da was nicht stimmt. Er lebt auf dem Platz in der Nähe der Bank of Japan. Falls Sie zufällig da vorbeikommen, könnten Sie dann bitte nach dem Ausschau halten? Joa, gleich tun. Und dann holen wir uns jetzt hier noch den letzten Nebeneinsatz ab. Hier ist Kevin Green. Das war das? Achso. Das Lager an der Constitution wurde überrannt. Einige der Ärzte dort wollten es als Klinik nutzen. Ich bin nur knapp entkommen. Zum Glück hat mich der Campus aufgenommen. Die anderen wollten ihr Glück in der Kanalisation versuchen. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie sollten hier sein, nicht in so einem schmutzigen Rattenloch. Würden Sie nach Matty Tran Ausschau halten? Sie führte die Gruppe an. Ja, machen wir. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Öffentlicher Bereich betreten. Das ist jetzt noch das Letzte, was wir machen müssen. Nicht den Bereich aufsuchen. Wer waren wir da gerade? So. Gut. Unser nächstes Ziel. Was ist das denn hier? Achso, das ist Schießübung. Ja gut, das brauchen wir nicht. Hier haben wir das. Aktivität. Wir können uns eine Aktivität machen. Ich glaube, das müssen wir sowieso machen in der Gegend. Für die Projekte. Dann können wir nochmal gucken, ob wir irgendein Projekt abschließen können. Wir sind ja auch in einem Unterschlupf. Wenn die nicht hier wären, dann wäre das echt traurig. So. Also okay. Wir versuchen jetzt mal eben die Hinrichtung hier zu vereiteln. Gucken wir mal. Was alles so hinhaut. Wir kommen, go, weiter. Elite Outcasts eliminieren. Okay, korrekt. Da oben. Da müssen wir hin. Freilich. Das ist dann. Das ist ein Elite Outcast, ne? Dann lass da meine Drohne mal in Ruhe. Projekte am Campus ist bereit zur Fertigstellung. Projekt abgeschlossen, korrekt. Sich näher der Falle erkannt. Wo? Da hinten einer? Das ist einer meiner Geiseln. Da. Hallo. Was lässt das sein? Oh, hier sind zwei. Geil ihn. Ich will ihn. Ich will ihm die Geiseln gerettet oder nicht. Okay, wir machen einfach noch weiter. Oh, oh. Meine Drohne ist weg. Oh, oh. Oh, scheiße. Da ist was, was explodieren kann. Können wir lieber hier hin? Ach, mit der Geisel reden. Ich muss doch mit der, mit der reden. Okay, warte mal. Ich will Ludwig um den. Ich rede mit der Geisel. Ja. Warte, vielleicht droppt er irgendwas geil ist. Warte mal. Ja, und dann reden wir mit der Geisel. Hat sich gelohnt. Wir haben zwei Elite Outcasts jetzt in der kurzen Zeit gekillt und können wieder ein Projekt abschließen. Das ist echt gut. Jetzt müssen wir noch eben mit der Geisel reden. Können wir ruhig zerstören. So, das nehmen wir auch mit. Da ist sie. Mach ich. So, sehr gut. Was ist das? Kopfgeld. Oh ja, lass mal Kopfgeld machen. Kopfgeldeinsatz hinzu. Komm, der Macher, das machen wir jetzt auch noch. Bevor wir uns um die Projekte kümmern, um einen Kopfgeldeinsatz. 14 Minuten. Das Kopfgeld gehört uns mal hier hoch gehen. Ne, wir folgen lieber dem richtigen Weg. Okay, da sind Feinde. Okay, wir sind schon beschäftigt da. Warum schießt ihr denn jetzt alle auf mich? Schieß doch mal auf den anderen. Da war doch noch einer. Dann hau ab. Hier ist sie ja gar nicht. Er schießt da doch auf ihn, die man... Ich schieße auf ihn. Oh, da ist er ja. Ach, da ist einer von meinen. Ach so. Na, das hat weh getan. Das Ziel neutralisieren. Was kommen wir denn zu dem Ziel hin? Hier lang bestimmt, oder? Dann gehen wir hin. Ja, da komme ich nicht rein. Das ist doof. Dann gehen wir hier weiter. Ach, das ist ja ein... ...ein Parkhaus hier. Da ist eine Etage über mir. Super. Super. Da bin ich im Kreis gelaufen. Wo komme ich denn da jetzt hin? Da muss er... ...da drin sein. Da gibt's einen anderen Weg rein. Hier gibt's noch einen Weg rein. Könnte richtig sein. Wir sind zumindest im Gebiet drin, ne? Wir waren ja auch schon mal. Ach, da oben. Da oben ist zumindest schon mal einer. Ja. Äh. Oh, einer aus dem... ...aus von den Videos. So ein Selbstmord. As Antäter. Brenne nicht. Wir sind richtig. Okay. Wir müssen nach oben, glaube ich. Die Cafeteria. Da trinkt sich da bestimmt was. Oder auch nicht. Hier sind aber welche. Gehen wir weiter. Aha. Gehen wir mal auf die andere Seite. Das ist das Ziel. Da. Der Baller doch gar nicht rein oder so. Da hast du es noch nicht anders verdient. Oh. Oh. Also die kommt hier hin. So. Danke. Wie es aussieht, haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. So. Und das mit diesen Agents. Mit diesem Hilferuf. Das können wir tatsächlich nur machen, wenn wir den Bienenstock ausgerüstet haben. Und den überhaupt auch haben. Warte mal. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben ja. Wo ist es denn? Das haben wir nämlich gar nicht hier. Wir müssen nämlich dann jemanden. Wiederbeleben können damit. Das haben wir nicht. Deswegen. Können wir das im Moment noch nicht machen. Dann müssen wir erst wieder zurück. Das ein. Das. Weiß schon. Weißchalten und so weiter. Wir machen mal hier die Propagandasendung. Die ist auch noch in der Nähe. Muss ich erstmal hier wieder gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Wir sind. Wird völlig lost. Hier lang, ne? Hier geht es wieder. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder. Entfernen wir uns jetzt zwar gerade von der Propagandasendung, aber wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wir müssen erstmal raus müssen. So. So. An alle Kinder, Mütter, Väter, Großeltern, Freunde, Familien, an alle, die auf Roosevelt Island wie Tiere behandelt wurden. Ich schwöre, dass die Outcars auch den letzten derer verbrennen werden, die dafür verantwortlich sind. Boom. Adios. Da hinten, der steht noch. Ich treffe ihn nicht. Niemand kann sich vor ihr verstecken. Hohe Mauern und Kanonen schützen nicht vor ihr. Niemand wird entkommen, wenn wir das Gefühle auf die Stadt loslassen. Lass uns mal gucken, von wo die kommen. Da. Eine Drohne hat die da im Griff. Oh. Warum Vorgang angehalten? Ja, ich bin noch da. An alle Zutaten an ZDF und Wissen, die sind, dass ihr hört. Ihr lernt euch weiter, Bart. Es ist keine gerade geben, bevor der letzte von euch im Grab liegt. Ja, Autorisierung erforderlich ist, ich kann ja aber gerade nichts machen. Ach, Zugangsschlüssel. Ach, ich brauche den Schlüssel. Niemand kann sich vor ihr verstecken. Woher war das? Ach, das doch. Niemand wird er, wenn wir das Gefühle auf die Stadt loslassen. Vorgang fortgesetzt. Okay. Farbliche Übertragung empfangen. Hm. Ach, nicht mehr. Ja. Gut. Nehmen wir drauf. Kill-Doch-Drohne. Schwier da nicht nur rum, man muss auch killen. Okay, machen wir. Bereich sichern. Ah, okay. Da ist einer. Da hinten hatten wir aber gerade meine... Ach, ne, noch nicht. Übertragung hergestellt, okay. Wurde mir aber hier noch jemand gerade von meiner Drohne angezeigt. Der Wicht muss hier irgendwo sich verstecken hinter einem Auto. Ah. Hm. Da ist er. Boah. Holy shit, Alter. Boah, ja. Ja, ach, sag bloß. Was war das denn? Was war das denn? So schnell konnte ich ja gar nicht reagieren. Vor allem, ich habe nur diesen einen gesehen. Aber da muss noch irgendeiner... Alter, was geht ab, der ist auch gerade krepiert oder gespawnt, der ist auch gerade krepiert oder gespawnt, eins und bei ihm. Ah, das war ja doof, ey. Den habe ich ja gar nicht gesehen, also den zweiten, ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Hier, warte mal. Ah, ne, hier ist mein Sterbeort, aber wir haben es ja geschafft, also von daher alles gut. Ähm. Ich würde sagen, gehen wir hier zu dem Nebeneinsatz, machen wir den. Unglücklich gelaufen, aber... Naja. Passiert, ne? Habe ich echt nicht gesehen, da den Typen. Äh, zumindest den anderen nicht. Interessantes Objekt entdeckt. Okay, das gucken wir uns an, das interessanter Objekt. Wichtiger Gegenstand entdeckt. Oh, wir haben einen Schlüssel. Und ich kann nichts mehr nehmen. Ich bin voll. Oh, shit. Haben wir hier irgendwelche Projekte, wo wir spenden können? Ne, wir können Projekte abgeben. Mein Rucksack ist voll, das ist echt doof. Ja, ich muss da lang, warte mal. Ich will mal eben dieses interessante Objekt haben. Nö, eigentlich nicht. Ich würde gerne da rüber. Ja, das interessiert mich nicht. Deine Aufträge jetzt. Hier. Nein. Ich will da rüber. Ich komme da nicht lang. Warte. Ich will versuchen was anderes. Soll ich hier auf dieses Grundstück zu kommen? Komme ich nicht hoch? Komme ich hier rein? Auch nicht. Komme ich denn an dieses an dieses Dingens dann? Also ich muss aber tatsächlich doch erstmal gleich meine Siedlung und Sachen verkaufen. Da kommen wir doch nicht drum rum. Weil ich dann doch zu voll geladen bin. Da, da wollte ich eigentlich hoch. Komme ich hier nicht auf? Warte, doch. Hier muss ich doch raufkommen. Warte mal. Hier. So. Jetzt komme ich da nicht runter oder was? Lass dich doch einfach fallen. Ah. Ich bin hier auch mit allen Tricks. Ah. Amaki Kiefer. Okay. Sammelobjekt. Sehr schön. So. Dann, ähm. Müssen wir jetzt doch erstmal den Haupt... in den Nebeneinsatz lassen. Ich muss mal eben hier hin. Wir müssen. Wir müssen Sachen verkaufen. Vielleicht machen wir eine andere Nebemission. Die jetzt hier dann in der Nähe ist. Guten Tag. Mal eben gucken. Mittlerweile sogar Stufe 24 Sachen. So. 21. Auch 24 schon. Okay. Die sieht interessanter aus. Bei der Fertigkeitentempo. Chance auf kritische Treffer. Ah. Die ist natürlich besser, ne? Nehmen wir die. Was haben wir hier noch? Fertigkeitenrang. Ja. Na wohl Waffenschaden. Kopfschussschaden. Ja. Damit kann ich leben. Knieschützer. Waffenschaden. Ja. Da lasse ich tatsächlich diese da. War's erstmal, ne? Ja. Okay. Dann. Müssen wir leider verkaufen. So. Ich kaufe erstmal die. Boah, wie viel wir hier haben. Eigentlich die. Oder erstmal können wir auch Plunder natürlich verkaufen. So. Aber hier unten. Hier sind nämlich die ganz schlechten Sachen. 18. Achso. Ne. Das ist was anderes. Ja. Hier. Danach suchst du schon ne Weile. Bestimmt. Nach Level 17 Sachen. Hm. Das hatte noch gefehlt. Na ja. So. Das reicht erstmal. Weil ich weiß nicht, was halt für Sachen kommen. Für, ähm, Projekte. Jetzt bin ich mal am Gucken. Drohnenstock. So. Wiederbeleber. Wir werden den Mod mal freischalten. Das ist Mitarbeiterübersicht. Grace Larsen. Otis Geis. Emma Richards. Ja. Warte mal hier. Ja. Ähm. Die Lagerkapazität von Materialien. Das brauchen wir nicht. Verlegen machen wir nicht. Ja, das hier ist noch ganz gut. Schalten wir mal frei. Da. Den Impulsgeber haben wir komplett freigeschaltet. Okay. Das Geschütz auch. Drohnenstock 2 von 4. Schalten wir mal das Schild jetzt komplett frei. Das haben wir komplett. Okay. Ja, den Rest lassen wir erstmal so. Ja, tschüss. Ähm. Was haben wir? Neue Dienstleistung. Kopfgeld einsetze. Okay. So, bin ich erstmal hier zufrieden. Da ist ein Kontrollpunkt. Hier ist ein Nebeneinsatz. Bei 31 Minuten. Folgen Sie einem Hilfhof von einer alten Abrissstelle. Ja, komm. Die Outcasts haben eine Siedlung in der Nähe des Finanzministeriums umsingelt. Gehen Sie da hin und helfen Sie ihnen. Ja, machen wir. Kopfgeld einsetze. Oh ja, warte mal. Der ist ja direkt vor der Tür. Okay. Okay. Der ist ja direkt vor unserer Tür. Oder wir machen jetzt erstmal hier den Nebeneinsatz. Lauf schneller. Brauchen unsere Hilfe. Jetzt hier nicht. Schild langlaufen. Das war einer von diesen Outcasts. Mit diesen komischen EMP-Pfeilen oder was das sind. Aber es kann eigentlich kein EMP sein. Weil der EMP, der würde ja dann meine Ausrüstung lahmlegen. Aber der hat mich ja fast gekillt. Das ist, das muss irgendwas. EMP-Pfeil war es nicht. Irgendein anderer krasser Pfeil war es. Aber da sind Feinde. Ja. Ne, doch nicht. Unsere Leute. Alles klar. Nichts gesagt. Kommt ihr mit? Das wäre natürlich geil. Hier 26 Meter. Komm. Gehe hier jetzt rein. Und der mitkommen, wenn ihr wollt. Naja, mit den Outcasts habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen anscheinend. Oh, die Musik wird jetzt gefährlich. Ach, da sind unsere Leute. Korrekt. Wir kämpfen nicht alleine. Das ist gut. Schön, Sie zu sehen, Division. Ja, was geht ab? Ja. Oh. Das ist ein Mord. Das ist ein Mord-Typen. Ohne. Ja, Schütze. Ja. Oh, eine Drohne da hinten muss ich nicht um den kümmern. Ich würde dich mal um den da. Der wirft. Oh, wo kommst du denn her? Meine Drohne hat den, glaube ich. Da hinten Drohne. Jawohl. Schau, wo willst du hin? Ich muss mit dir reden. Warte doch. Da unten ist was. Schau, warte jetzt. Ich muss erst looten, dann können wir miteinander reden. Dafür habe ich mein Inventar leer gemacht, um das wieder tun zu können. Oder geht das hier noch? Ah, das geht hier noch weiter, ne? Okay, komm, schau. Wir haben das Gebäude geräumt, aber mein Freund sitzt noch oben auf dem Dach fest. Kommen Sie! Bleiben Sie dran, Agent. Ja, bleiben Sie dran, der soll mal geschmeidig sein. Was rennt er denn sofort los? Noch mal was von Präparation gehört. Wir müssen uns hier vorbereiten. Oh, ist der denn jetzt hingelaufen? Wo ist der? Ja, jetzt ist er hier hochgelaufen. Ach, ey. Okay. Na ja, wir machen das schon. Da können wir... Hier, komm. Da fliegen die... Ronades. Boom. Komm, weiter. Wir müssen eh hier landen, ne? Achso, du... Ich bin jetzt ganz gechillt da durch die Tür. Okay. Brau beschützen. Ron. Okay. Meine Drohne ist ja hängen geblieben, ey. Keine Ahnung, wo die jetzt wieder ist. Drohne. Komm. Komm, folge mir. Okay, dann muss ich sie abbrechen. Ah nein, das ist so einer wieder mit so einem Scheißpfeil. Ich versuche mit dem Plan einen Übergang zu schaffen. Jo. Macht das. Aha. Sehr cool. Und meine Drohne ist wieder back on track. Okay. Jetzt kommen wir an den dran. Warte, da oben ist eine Drohne. Nimm dir den mal vor. Keine Ahnung, wo er das... Wo er das hinwirft. Da wirst du ja wieder, Kumpel. Wird dir dein Ausflug gefallen? Oh. Ja, das Ding. Das ist dann genau in meiner Nase explodiert, glaube ich. Nach dem Nasenlock. Bist. Immer den. Drohne. Drohne ist wieder inaktiv. Was bringen wir? Licht in die Dunkelheit? Nein. Die Drohne, die checkt es im Moment nicht. Drohne. Du wirst dich wieder abbrechen, Drohne, wenn du nicht... Wenn du deinen Dienst verweigerst. Da war er voll auf die Rübe gekriegt. Da. Bis dahin. Komm, Kumpel. Heb dein Köpfchen und ciao. Oh. Er steht noch. Das waren dann wohl alle. Ja. War gut gemacht. Verstehe ich, warum die Drohne manchmal ihren Dienst versagt. Weigert. Ich würde auch gerne so einen Bogen haben. Mir geht's gut. Ach so, hier ist er. Gib mir eine Minute. Alles gut, Kumpel. Komm her. Oh, guck mal, die schwebende Waffe da unten. Ich muss nur kurz verschnaufen. Und kurz vergeht mich. Ab hier kann ich übernehmen. Eine Escorte ist bereits auf dem Weg. Gute Arbeit, Agent. Danke. Ähm. Soll das das sein? Soll das nicht, oder? Würde gerne dieses Gebiet verlassen. Ich kann nicht. Hm. Ach, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Ist das dein Ernst? Wollte ich da nicht. Mann, diesem Scheißteil nicht vorbei. Ach, herrje. Lass dann mal die Schnellreise irgendwo hin. Das ist ja doof. Aber wir können ja noch ein Projekt abgeben, ne? Gehen wir mal eben. Und Campus zurück. Ach. Ist ja doof. Da hast du so ein Teil da schon, um dich einfach nur abseilen zu können. Lass da ein abseilen, ne? Und funktioniert nicht. Das ist immer ganz schlecht, wenn sowas nicht funktioniert. So, Projects. Oh, Zivilisten in Gefahr. Hm. Okay. Okay. Aktivitäten. SAD-Behälter. Aktivitäten. SAD. Aktivitäten. 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 Okay. Dann würde ich sagen. Bildschirm-Tracking. Ne, wollte ich nicht. Dann gucken wir mal hier. Stufe 24. Das ist jetzt ja auch schön für uns geeignet. Das ist ja schön. Der Dachboden. Und das Gebiet auch freigeschaltet. Ich würde aber eigentlich... Warte mal. Eben ein Projekt hier. Leute, das war ja hier das. Nicht? Aktivität. West Potemac. West Potemac. Wo ist... East. Ja, muss hier sein, ne? West. Wir haben hier noch ein Safehouse, was gesperrt ist. Kontrollpunkt Nebeneinsatz. Constitutionhole. Okay, da sind wir schon wieder ein bisschen raus. Den hatten wir abgeschlossen. Den haben wir nicht geschafft. Das würde ich jetzt nochmal machen. Zum Abschluss. Oder, ne, weißt du was? Das versuchen wir in der nächsten Folge. Wir reisen da jetzt hin. Und diese Lautsprecher abfangen. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann hoffen wir, dass wir dann diesmal nicht sterben. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallo. Musik.